die abspeichern euer magier 2 ja ist ja gut hier macht ja warum nicht du musst es ein so muss sie nun stehe ich habe so das machen wir aber später weil sonst klaut er mir gleich meine erfahrungspunkte weil er dann auf die feldkäfer losgeht und die werden wir natürlich selber platt machen ja dann komm mal her bürschchen so die werden wir jetzt schön einzeln rauslocken sie sind nämlich nicht ganz ungefährlich diese bisher hier aber wie ich diese fischer hasse die machen ordentlich schaden die drecks fischer so einer geht noch ok noch ein halter an solange welche haben können wir sie auch nutzen warum nämlich nicht was meinst du mit die headline ist dann falsch das verstehe ich jetzt nicht so ganz was damit gemeint ist hey du wegen der stadt ja schon mit dieser bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen das ist genau das was ich jetzt getarnt als ein ausgezeichnet was denn gold ist nicht ich hab sie und wer bei ach so ok ja ich meine das kann ich bestimmt im nachhinein noch mal ändern oder du weißt rio ich kenne mich damit noch nicht so gut aus so bevor wir direkt in die stadt gehen gibt es noch ein bisschen kram einzusammeln ja sorry ist sie das war ein unbeabsichtigter fehler von mir daran hatte ich natürlich nicht gedacht als wir das neue spiel hier begonnen hatten ich habe nämlich vor zwei oder drei tagen schon mal gestreamt das war sozusagen ein probe stream da habe ich meinen alten texture weiter gespielt und wir haben dabei einfach den stream getestet ob alles funktioniert deshalb dieser titel soll ich noch ein bisschen leveln oder direkt in die stadt gehen alles klar so hier gibt es eine schöne überraschung das war das schwert wunddorn für alle nahkämpfer bekommt man dafür entweder gutes gold oder ich meine die waffe finde ich jetzt nicht schlecht ne ihr macht auch ordentlich schaden bei 55 stärke das ist ganz ok aber für uns als angehender feuer magier völlig nutzlos wir wollen malertränke feuer nästeln feuerkraut und so ein kram das brauchen wir und nicht so ein waffen schrott jetzt wird gefährlich jetzt habe ich auf den chat geachtet und dann kam hinter mir noch so ein dämlicher feldkäfer das kommt davon das muss da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen dass das nicht noch mal passiert wir haben einen absturz wo gibt es denn sowas genau das meinte ich beim neuladen sorry das ist natürlich unschön sehr sehr unschön ja da hat der renderer doch noch probleme ich hab ähm hoppla was ist denn jetzt los alles klar gut dass ich den quicksave benutzt habe weil wir haben den guten spielstand normal gespeichert also den quicksave werde ich jetzt auch nicht nochmal laden jetzt muss ich nur kurz gucken ob das bei euch auch wieder funktioniert mit der aufnahme oder mit dem spiel ne klappt nicht ne da muss ich nochmal raus gehen Mist Mist na super geht ja wieder richtig gut los hier ich bin gleich soweit da bist du ja wieder geh nochmal raus aus dem spiel OBS komm gib mal ein bisschen gas hier lalala ja Rio ich glaube du machst das schon ein bisschen länger als ich du hast ein bisschen mehr das im gefühl im vergleich zu mir wieso kriege ich jetzt kein bild äh bei euch doch da ist er ja alles klar man 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 das ist ja nervig hier boah seit 2012 ja das ist schon eine lange Zeit dann hast du wirklich viel Erfahrung ich bin ja froh dass es einigermaßen läuft ich krieg's leider nicht auf Full HD da stürzt das bei mir sofort ab ich weiß nicht wieso ok jetzt sind wir wenigstens wieder drin dann werde ich nochmal hier abspeichern und diesen Stand laden gut dann kanns endlich weiter gehen warum ist das abgestürzt ich hatte eigentlich alles auf normal naja wie auch immer dann müssen wir die Feldkäfer nochmal machen nicht zu zweit nicht zu zweit nicht zu zweit bitte nicht zu zweit ich habe gerade angefangen direkt am sterben ehrlich Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. So. Einer wäre erledigt. Und du musst jetzt auch dran glauben. Okay. Das wäre geschafft. Da ist nichts zu holen. Keiner ist noch übrig. Gut. Na dann. Jetzt kann es weiter gehen. Hallo. Hallo. Was meinst du, ist immer so? Beziehst du dich da auf den Chat und das spielen, oder? Okay, da wären wir wieder an der gleichen Stelle. Ach so, du meinst das? Ja, ja, das ist richtig. Also ich meine, im normalen Gothic 2 habe ich keine Probleme mit am Anfang, mit zwei Gegnern, aber generell in Returning, oder hier die Rückkehr, ob man auf sehr leicht spielt oder auf Hardcore, ist völlig egal. Hier sind am Anfang zwei Gegner immer sehr, sehr gefährlich. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen leveln, wie von euch gewünscht, und dann gehen wir über die Berge, schön in die Stadt, passieren da noch ein paar Erfahrungspunkte, und dann geht's in die Stadt. Ich werde jetzt hier noch ein paar Jahre lang, wie von euch gewünscht, und dann geht's in die Stadt, 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 die Stadt Vielen Dank.